Grüechen Freunde und willkommen zurück zu Crisis Core. Noch stehen wir hier in der Kirche bei Aerith. Und wir sollen ja die Kirche verlassen. Und ja, schauen wir mal was passiert, wenn wir einfach hier rausspazieren. Ja. Also, wo geht's? Hm, weiß ich nicht. Ich gehe dich. Wo? Hm, weiß ich nicht. You just want to spend more time with me. Yeah. Huh? Wo? Damit hat er nicht gerechnet, ja? Sie so lieb und so ehrlich einfach, das ist schön. Sektor 5. The Slums. Yeah. Mainstreets over that way. There's lots of people. Well, I should be good once I make it there. Alright? Lead the way. Hm. Okay, let's go. Gib dich zum Markt in den Slums. Neue Mail. Personalsache 104. Personalmeldung. Der Soldatmitglied Zach Fair wird mit sofort in den Rang ein Soldat befördert. Haben wir das nicht schon? Haben wir ja schon. Wissen wir ja schon alle. Ne, wenn es andere Ungrat wächst, dann... Ne, wenn es andere Ungrat wächst, dann... Okay. Cool. So haben wir alle was da vorhanden. Wie in der sieht halt echt gelungen aus. Du denkst? Hier. So, das ganze rundherum. Oh! Monsters! Oh, da wir gehen. Zach, let's run! Don't worry about it. I'll protect you. I've got this. You've got this? Oh, yeah. Stay back, okay? Okay. Activating combat mode. Later! Complete resolved. Got him! You're amazing! Okay. You're so strong. Strong. Like a monster, right? Zach? What's wrong? Nothing. Now, let's move. Hey, I looked good, right? Hmm. Hmm. What? What? Dunno. Come on! Flatter me! Haha. Alright, Zach. Let's go. Uh, hello? Okay, Sekunde. Ich wollte nur schauen. Materie. Oh, so ist es. Graf-Tibi-Seitschirm. Meister. Feuerbauch noch. Blitzracklinge noch. Vitaga. Das steigt jetzt sowieso. Warum ich das... Ich bin jetzt sowieso dumm. Womit das eigentlich drinnen hab. Blitzracklinge haben wir auch drinnen. Dann tun wir die stille Klinge rein. Sprung haben wir einen schon fertig. Genau. Ich mach noch einen Sprung einfach. Fürs Erste tut das wie Targa raus. Womit das die Eis-Klinge rein. Aber dass das ein bisschen nicht levelt. Dass wir mal was anderes haben. Über einen Sprung haben wir schon zwei auf Meister. Aber man kann es ja auch fusionieren. und dann braucht es ja. Tobi. Du wächst immer so jung. Also das ist so viel Zeit. Aber okay. Ja, zuerst sagst du, wir sollen gehen nicht so erwarten. Was ist jetzt? Mädchen, entscheide ich einmal. Ein vielbeschäftigter Mann. Siehst du? So machen wir hin schon. Ja. Das ist der Sektor 5 slumpt. Beyond the gates is the market. And there is a church further down the street. The other way, beyond the rubble, is Sektor 6. There is a park near there. Ah, der Park, ja. Also wir haben eine E-Mail gekriegt. Enchil-Fenglobe, umschreiben 314. Liebe Enchil-Freunde, heute wenden wir uns in einer traurigen Angelegenheit an euch. Uns erreichte die Nachricht von Enchils heldenhaften Tod im Kampf. Die Waldläufer werden sich folglich auflösen. Wir danken euch für die langjährige Unterstützung. Als letzte Veranstaltung werden wir eine Trauerfahrt in der Nähe der Kirche abhalten, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Lasst uns zusammenkommen für Enchils Seelenheil beten. Da dies unsere letzte Zusammenkunft wird, freuen wir uns über euer zahlreiches Erscheinen. Notora. It's kind of stuffy here. You okay? I know why. There's no sky here. We don't need this sky. Oh, so? You're under this plate all the time. You normally miss seeing the sky, no? Sorry. I'm not normal. How's that? The sky frightens me like it's sucking me in. Weird, right? Normal is overrated. You think so? I know. One day I'll show you a pretty sky. It won't be scary. Trust me, you're gonna love it. Okay. Darf ich jetzt? Ja, was? Ja, tja. Einmal so, dann wieder so. Ah, don't be shy. Man, that hurts. Huh? Wait. What the? What's wrong? My wallet's gone. Oh no. Ah. Ah. That little brat. He just stole my wallet. Aerith, wait here, okay? I'm gonna go catch that kid and get my wallet back. Bruno's his name. Bruno? You know his name? Yeah. I know him. Just a little. He doesn't do things like that. But... If he really stole from you, I'm sure he had a good reason. Hey, I'll go look for him. Zach, you wait here. Hmm. All right, I'll wait here. But... I'm pretty antsy. Yeah. I know. That obvious? Na ja. Der kann so schönes Leben machen. Der kann so schönes Leben machen mit 32.000, 33.000 Bill. That's it. It's my wallet that was stolen. I'm gonna look for Bruno too. I think he went that way. Der Bruno. Is my Geld jetzt wirklich weg? Ja, das hat sich null Geld. Kann einer mehr kaufen. Rat die Zahl spielen. Hey, ich kann nichts kaufen. Die Kinder in den Slums. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Im Schatten von Midgar, das auf einer gigantischen Plattform der Luftschweb liegt, liegen die Slums, ärmliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Keasai des Shinras. Berichten zuvor, es sollen Kinder diese harte Gegend ihr Zuhause nennen, sich dort zu Gangs zusammenschließen. Wenn wir diesen Umstand ignorieren, wird sich das sicher auf das künftige Wachstum von Schena auswirken. Ich hoffe, dass wir Soldatmitglieder uns erheben und mit dieser Keasai auseinandersetzen. Mitgliederbenachrichtung Arbeitskreis Eine erfreuliche Nachricht unserer Mitglieder haben, die von Genesis verfolgt den Thesen bezüglich des letzten Akts von Loveless in einem Buch zusammengefasst, das von uns auf eigene Kosten herausgegeben wird. Dieses Buch, da dieses Buch Grundlage unseres nächsten Loveless-Symposiums wird, können wir allen Mitgliedern des Arbeitskreises in Erwerb nur wärmstens empfehlen. Ich kann gar nichts, ich kann scheißen gehen. Dann haben wir schön ein paar Weh-Booste. Oh, are you looking for someone? Ja. This exit leads to the path to go above the plates. It's possible he went that way. Aha. Hey Mister, you look pretty busy. Y-YOU! Ja, ich. Oh, no, never mind. I'm just a Shinra Trooper on patrol. Mhm. Welcome shopper to the item shop. Ich speichere einfach einmal. Schauen wir mal was passiert. Wenn normal nichts Schlimmes. Hier haben wir uns alles angesehen. Weiter geht's hier ja nicht. Dann müssen wir sowieso hier entlang. Dann ist der Bruno. Der Diebstrabär bestimmt irgendwo dahinten. Dann ist er raus von hier? Hey, du da! Daher? 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 Aber die Kinder nie immer so kommen. Ich weiß. Daher? Du hast auch deine Schmerzen gedreht, oder? Du hast doch eine Schmerzen gedreht. Das passiert hier immer so. Aber du hast eine schwerere Zeit gefunden, von deinem eigenen Seher. Frage auf die Leute hier herbezude. Und sie können dir helfen. Ja, das ist ein gutes Punkt. Ich hoffe, ich habe mir einen ganzen Händelang gespürt, wenn ich habe. Ich muss ihn noch mal machen. Ein boi. Okay. Ich suche einen Mann namen Bruno, der ich meine Wettbewerb hat. Vielleicht hast du ihn gesehen? Er sieht so aus. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich werde einen Augenblick auf. Du bist der Mann! Danke! Haha. Das ist er. Oh, ein Mann. Oh, ein Mann, er hat sich angefangen. Oh, ein Mann. Oh, ein Mann. Ja, das ist er. Oh, er hat ihn! Ah, er ist weg. Oh, er ist weg. Ja, sorry. Ich bin wirklich nicht so schnell auf meine Fett. Du hast keine Intentionen von ihm. Oh, das ist nicht wahr, was er. Oh, das ist wirklich falsch. Ja, wie lang? Eine Woche? Zwei? Oder was? Ey, Mann. Ich guck, wir werden da ziemlich verarscht. Hm. Ah, das ist es. Wie weit muss sie gehen? Hey, das ist der Mann, der... Oh, nein. Du sprachst zu schnell. Oh, nein. Du weißt, dass ich ihn kurz vorbeigte. Du sprachst nicht zu helfen, ihn zu entfernen? Nein, das war nicht. Das ist so schrecklich. Komm schon, Mann. Ich frage mich, ob noch die Erde schaut. Alle selbst. Oh, er wird sich nur hier verstecken. Er kann überall in der Stadt verschwinden. Er sieht so aus. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte, ich habe ihn gesehen. Wirklich? Den Weg, ich denke. Den Weg? Ja, ja, weit unten da. Great, danke. Hey! Warte, er ist bei dir vorbei. Was hast du denn für einen Stern immerhin noch mal auf dem Seel? Hey, Lady! Was gibt's? Der Teufel schon bitte. Das Böse. Ja, der wundert mich nichts mehr. Oh, ich sehe. Ich komme zurück. Hm? Hey, Aerith! Zack! Hast du ihn noch gefunden? Ähm, nein. Aber gib mir mehr Zeit. Ich finde ihn. Also, er ist ja langsam. Wird es ein bisschen unheimlich. Hm? Hey, kid. Was ist es du, die meine Wallet genommen hat? Bei einer Chance? Oh, komm mal! Du hast gesehen. Ich bin hier die ganze Zeit. Oh, ja. Du bist richtig. Entschuldigung. Es ist gut. Du hast es gepackert, nicht wahr? Wenn du für den Mann hast, ich werde dir helfen. Na, ich habe einige Leads, die ich dir dir. Aber du musst mir eine Potion in exchange. Du bist ein Böker? Du kannst nichts für nichts, Herr. Aber glaub ich mir, meine Information ist gut. Danke. Oh, hey. Er ist gerade hinter dir, Herr. Huh? Wie gibt es? Er ist weg. Hey, wenn du wissen, wo du gehen kannst, erzähl mir. Huh? Ich habe dir einfach ein paar Informationen gegeben. Wenn du mehr willst, gib mir ein anderes. Gib mir eine Pause. Gib mir eine Pause. Ja. So, ja. Oh, ja. Oh, ja. Du bist bereit für etwas zu kaufen? Nicht auf dein Leben. Komm schon, Mann. Zack. Hey, Aerith. Hast du ihn noch nicht gefunden? Der Junge ist wirklich schnell. Oh, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast einen Moment? Was ist das? Ich bin für ein Kind von Bruno, der in der Hand genommen hat. Vielleicht hast du ihn gesehen? Er sieht wie dieses. Er sieht wie dieses. Bruno, du sagst? Ja, kein Problem. Du bist der Mann. Wenn du ihn sehen kannst, wäre es toll, wenn du ihn ihn auch würdest. Ah, wo er ging? Da ist er! Hey, Herr! Das ist er! Entschuldigung! Er ist weg. Ich habe versucht, ihn zu erhören. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. zu holen meine größte Materie. Und, wenn er es benutzt hat, es gab keine Chance. Du auch. Du hast sogar nicht versucht, ihn zu erhören. Komm schon, jetzt. Das ist überhaupt nicht wahr. Komm schon, Mann. Mann. Ich frage mich, wenn Erich noch zu erhören. Ich frage mich. 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 Erich, wie geht's? Zack. Haha. Es gibt keine Chance, sich zu erhören. Es ist einfach schlecht. Hey. Warum schauen wir uns zusammen? Aber... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich werde ihn nicht schreiten. Ich werde ihn nicht schreiten. Ich werde ihn fragen, warum er es getan hat. Und ich werde ihn entschuldigen, wenn es für eine gute Grunde ist. D. 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 Ja. Aber wir sind immer noch keine Geradung. D. Wenn Bruno sich für Geld braucht, er müsste, jetzt hier noch sein. D. Dann gibts dich auf hier und wir haben einen Blick auf. Ich schaue einen Blick in die Stadt. Schon wieder. Das probieren wir. Okay? Bublé, wo bist du? Aha! I found you! Woah! Okay. No more running. Finally! All right. You know what you did was bad, don't you? You should never steal from people. Zack? Because it's very, very wrong. Now, tell me why you did it. None of your business. Why you... Bruno, did you really steal? Yes. I see. So, why did you do that? Mmm. Mmm. You know. Aerith believed in you. No matter what I said, she insisted you're a good boy. You can shut me out, but tell Aerith the truth. Do you need money? Tell me why. I need medicine, but my wallet was eaten by a monster. That's why I took this guy's wallet. I thought if he's your friend, he might give me a break. Bruno. This was bad. You know that. Don't do it again. Okay. 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 Good. Now we're friends again. Zack? You agree? You believe in him, so... Yes. Thank you. And sorry. But... You need medicine, right? Yeah. It's for my grandpa. Really? Leave it to me. But it's... dangerous. Don't you worry. Monsters around here are cake. Okay. But I'm going too. No, it'll be fine. Just let me handle it. Stay here. And wait with Bruno. The monsters should still be on the path that goes to the park, I think. Here. Take back your wallet. I think you're gonna need it. Thank you. Kleiner Bruno. So. Can I just in so the Geschäften rein- schnuppen? If you need materia. I am a carpenter. Oh, do we have to... Sind die jetzt hier drinnen einkommen? No. Where is the monster? They could buy medicine, but... Pff. They want to fight, right? The park is... This way. Hey you! Get back inside the gate now! Hm? Monsters! Coming out of the park in droves! The park? Alright. That's gotta be them. It's not alright! Everyone's fled! It's dangerous. You have to turn back now! Sorry, but... They owe me some money. So I have to go over and collect. What... What the hell are you talking about, guy? Relax, relax. Don't worry about me. You know, you should get behind that gate yourself. Yeah. I'm a good one, son. Haha. Cuckoo. Neue Mail. Holländers T-Shirt. Habe mir sagen lassen, dass das Lieblings-Shirt von diesem Holländers Lobo der berühmten in Banora Apfel-Kompott-Dosen zieht. Ob der Typ wirklich so versessen auf Elb frisst? Oder hatte er auch seine Finger bei dem im Spiel, was in Banora abging? Seine Arbeiten in der Forschungsabteilung waren regelmäßig Desaster. Im abteilungsinternen Machtkampf unter Lager wurde er auf einen bedeutungslosen Posten runtergeführt und hat sicher einen tierischen Hals auf Schinner. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Hm. Ob das T-Shirt ihm wohl als Stressausgleich dient? Genesis-Fanglub-668-Rundschreiben. Wir berichten heute vom Ablauf der gestrigen Gedenkfeier auf der versammelten Mitglieder gemeinsam aus Loveless lasen und für Genesis-Glückseligkeit im Jenseits beteten. Der eigens für die Veranstaltung angefangen Apfelschmuck fand der reisenden Absatz. Damit auch diejenigen, die nicht an der Verteilung konnten, sich daran erfreuen können, bieten wir den Schmuck ab sofort im Versand an. Interessenten nennen sich bitte an diese Adresse, nur solange der Vorrat reicht. Ich hätte sowas gern. Hallo. Ja, wir müssen die komplett an den Darm rausschnipseln, oder wie? Nice. Oh, hier sind wir. Okay. Hier haben wir sehr komplett abflügt. Ist das Geld noch drin? Wow! Ist leer. Das ist viel mehr, als ich habe. Oh, okay. Haha. Wow! Wow! Du hast es wirklich zurückgebracht! Amazing! Du hast es ganz viel Geld hier. Es ist so sticky! Okay. 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 Du hast es, Zack. Wenn du mehr Hilfe brauchst, einfach fragst. Du musst nicht mehr holen. Du musst nicht mehr holen. Du musst nicht mehr holen 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 holen. Du musst nicht mehr holen 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 holen. Und du musst nicht mehr holen 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 holen. Das ist es. Oh! Oh! Du fühlst es nicht? Nein! Nein! Es ist großartig! Lass uns das machen! Nein! Bitte! Du weißt, ich liebe diesen Ort. Jeder wohnt frei und glücklich. Mhm. Sieht's genauso aus, ja? Außerhalb dieser Garten ist eine große, aber schraubende Straße. Auf der righte ist ein Park. Und auf der leften... Wie ist das? Hey! Steig rein, Herr. Willkommen in der Nummer-Güßung-Game. Wir haben viele großartige Preise gesammelt heute. Willst du spielen? Oh! Der Mann mit den Potionen! Ich habe gehört, was passiert. Entschuldigung. Ich kann dir nicht mehr holen 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 holen. Aber insofern, ich werde dir spielen mein Spiel für günstig. Okay. 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 zurück zum Business. Haha, lieb ist er. Es ist 100 Gil per Play. Aber ich gebe dir einen Discount, Herr. Ja, bitte. Okay. Ich glaube, wir haben im Stand sechs Personen vorbei und du musst raten, wie viele davon Kinder sind. gewinnen und die Kinder, die hier passen. Und du wirst gewinnen und bekommst den großen Preis. Und du bekommst den großen Preis. Und du bekommst den großen Preis. Und heute ist der große Preis. Und heute ist dieser. eine Belohnung. Du kannst deine Gewinnchancen erhöhen, indem du auf die Vorhersagen der Leute achtest. Du solltest dich also umhören. Und dann auf die Vorhersagen der Werken. Und dann auf die Vorhersagen der Werken. Also auf die Vorhersagen. Und dann auf die Vorhersagen. Aber du hast die letzte Wahl. Hmm, das sind interessante Entscheidungen. Ich habe ein guter Gefühl über diese, auch. Mister, ich denke, vielleicht solltest du diese Tipp sein. Erreth hat gute Instincts. Oh, bei der Weg, für ein paar extra Gill, kann ich dir drei Numbers, die ich glaube, haben eine gute Chance zu gewinnen. Ein Fünf ist Rümpf. All right, then. We're ready to begin counting now. Eins, zwei, drei. Super. Ah, too bad. You lost. Here, take this consolation prize. Taschentübe. All right, come again soon. There'll be more items for you to win. Und den geben wir irgendwo hier Deeps, oder? Oh, verdammt. Stuhl, die Verbrauchung. There's Materia missing again. They must have dropped them. Oh, say, friend. You look pretty quick on your feet. Oh, yeah. I had a feeling about you. Now, how'd you like to do a job for me? You just need to collect Materia you find on the street. It's really easy. Won't... All right. Let's get started. To make things easier for you, I asked everyone in the neighborhood to stay indoors. So use those fast legs and go get some Materia. Find heraus, wie schnell du die 20 Materia sammeln kannst, die in der Stadt verteilt sind. Wie viel Kill du gewinnst, hängt von deiner Abschlusszeit ab. Also möglichst effizient und sprich mit dem Verkäufer, sobald du alle 20 Materia eingesammelt hast. Okay. Okay. So, okay. fucking Malzato. I can do that now. So, okay. Now. So? Schweinerei. 40. Danke. Ja, wenn wir jetzt hier nicht ewig mit dem aufhalten. Oh, Aerith. Hier mit deinem Freund heute? Nein. Ich habe ihn gerade gerade gesehen. Hey, warst du nicht ein Kind rundherum hier vorhin? Ich habe dich gehört, von der Stadt. Ich dachte, du bist ein Schadeer. Aber es sieht aus, dass du ein guter Mann bist. Sorry, ich verabschiede dich. Hier, fange diese Olive-Branche. Soma! Ja, immer, immer. Superdrank. Aber sehr nett. Ich muss sagen, Aerith, You won't find a decent, kind-hearted guy like this very often. This one has my stamp of approval. I wish you both well. No, no, not a boyfriend. I just met him today. Oh, wait. Could we take a look? Huh? You came out to go shopping? Okay, forget it. Uh, no, no, I'm joking. Go take a look. Thank you. Just to look. I'll be quick. Yeah. Do you like this store? Yeah, it's fun just looking. Hey, Aerith. Uh-huh. To pay you back for that hello. I'll buy you something. Your offer was one date, no? But then you said, don't be silly. Remember? Well, I... Okay, a memento for today. You mean it? Of course. Hm. Okay. I want this. And it's actually just traurig, when we know what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. But it can't be so nice. Does it look right? Uh, I think so. Yeah. It looks great. Hm. Thank you, Zach. I'll treasure this. Yeah. Hey, do you still have time? I guess so. Why? Wanna go to the park? Hey, that sounds like a date. Yeah. Before we go to the park, could you give me one minute? Yeah, of course. Ich schaue mich noch kurz um. Ich weiß ja nicht. Kann ich noch irgendwas... Anything from gifts for your loved one, if you need accessories. Oh, good. You got your wallet back. Sorry, I couldn't help you before, mister. Yeah? I'll tell you something to make it up to you. These days, there's a lot of scary monsters roaming around Midgar, I heard. A guy who came from Kong told me. He said he travels all over the world, but he says he's never seen as many monsters as he has around Midgar. He said he's never seen as many monsters as he has around Midgar. Oh. Oh. Ah. Willkommen, Freunde. Wir haben alle Sachen, die du brauchst. Nur für ein Zeitpunkt, wir haben ein Exquizite Perfume für Verlust. Ein Ideal-Gift für diesen Spezialen jemanden. Wie geht es, Herr? Einfach 300 gil. Wie ist das? Normalerweise die Preis ist 300 gil, aber... Diese cheaper Fragrance, wenn blendet mit fine Rose-Oil, kann auch eine ziemlich poschere Fragrance werden. Willst du versuchen... Blending? Ich mag den Cut von deinen Gips, Herr. Okay, lass mich den Blending-Prozess erklären. Auf zwei Tropfen, platzsch zehn Tropfen. Wenn du den Mischvorgang, wenn du glaubst, die optionale Menge erreicht zu haben. Aha. Möge das Öl fließen. Warte. Das ist das idé, Herr. Das ist das. Das ist das einmal. Das ist das Problem. Ich warte, Herr. Das ist die, Frau. Geht gut, Herr. Das ist das Problem. Der Preis kommt von diesem. Vielen Dank für's kaufen. Komm mal wieder! Hier, Aerith. Das ist für dich. Ein kleines Geschenk. Vielen Dank. Okay, ich nehme ein kleines Sniff. Wow, es schmeckt gut. Wirklich gut. Vielen Dank, Zack. Oh, das bedeutet, du meinst, du bist wirklich glücklich mit dir? Ja, es ist fast zu gut, zu benutzen. Oh, wirklich? Nun, es ist alles dein. Ich habe gesagt, der 5. Das nehmen wir noch mit. Das können wir uns erlauben. Aber so ein Glück gehabt, weil es bei der Mischung ist. Ich bin da wirklich komplett. Das war einfach nur noch geschätzt. Das muss ich zugeben. Okay, wieder da rein. Keine Gegner, super. Und dann wahrscheinlich wird's hier unten sein, ne? Ich hoffe es zumindest. Da ist sie. Aktiviert in Combat Mode. Halt! 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 Oh, yeah! Spurufen hat schon seinen Stufenanstieg. Sehr schön. Schokobo Armband. Geradius. So, dann muss ich mal wieder... ...nießen. Schön. Hehehehe. Gut. Nein, heftig unterwegs sein. Nein, heftig unterwegs sein. Aktiviert in Combat Mode. Oh, yeah! Gut. Für die Gegner reicht's ja allemal. Und da haben wir wieder eine Vogel. Und da haben wir wieder eine Vogel. Merkeleuer hat er mit rauf. Oh, ja! Perfekt. Königsfeder, Mission erfüllt. Einen Verschluss. Ok, Monster... Aha. Da haben wir jetzt dann die erledigt. Supi. Da war's das auch ziemlich. Es gibt natürlich hier jetzt noch... Das sind die Spielchen, ja. Okay. Ja, prinzipiell Aha, sind wir hier Fertig Bei ihm können wir das Spiel noch einmal machen Ja, das interessiert mich eigentlich nicht Ja Ja, und nochmal die Bei ihm müssen wir wahrscheinlich irgendwie eine gute Zeit zusammenbringen Aber ja Das sind seine Nebendinge, die interessieren mich jetzt weniger Aber wo geht es hier hin? Ah, ok Ja, freilich Freilich, freilich Na ja, gut, Freunde, dann gehen wir in der nächsten Folge Zum Park, hätte ich gesagt Ja Und dann schauen wir mal, was beim Park Auf uns wartet Beziehungsweise wie das Date mit Erich so wird Ich freue mich drauf Ich hoffe, ihr auch Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020